Der letzte Kampf vor einer ca. 10-Jährigen-Kause. Weitere Stunden finale im Werbeweg bis 0.64 Uhr. Ersteckte sich über in der hohen Ecke Junneran zum Landesverband Baden-Württemberg. Und in der blauen Ecke Daniel Kornmeier vom Landesverband Baden-Württemberg. Ersteckte sich in HGF-Suzan Köpke. Die Fokke mit der Säden aus Ganskajewski, Deine Simon, Marcel Nauskoff, Thomas Jurek und Johan Kretschmann. Wo alles kommt, er wird die Becken. Wo alles kommt. Das ist eine große Herausforderung. Ich habe keine Masse gemacht. Vielen Dank. 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 Okay. ... 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